In der Box fehlt noch die Nummer 2, Marcello unter Daniele Poccu. Marcello kommt heran, rückt ein, Fahne geht nach oben zum vierten Rennen. Und die Boxen auf in diesem Augenblick. Guter Start an der Innenseite von Oriental Cat, auch Lamoum gut abgesprungen, auch Baby Love kam gut heraus aus der Box. Daneben Fast Lightning, der Favorit mit einem guten Start, auch Elegant Queen kam sehr gut ab. Und Elegant Queen hat gemeinsam mit Baby Love die Spitze übernommen, wo es jetzt in die Gegenseite hineingeht. Und Eddie Pedrosa geht jetzt alleine an die Spitze mit Elegant Queen, der Programm Nummer 10. Elegant Queen führt mit zweilingen Vorteil vor Baby Love. Da hinterher Fast Lightning, der Favorit, früh präsent vor Oriental Cat an der Innenseite. Auch der nächste Favorit ist mit im Vorderfeld zu sehen, das ist Aramon an fünfter Position vor Lamoum innen daneben. Vor Madelio mit Fort Good Hope. Da hinter Diocletian mit Romeo und Marcello an letzter Position. 1400 Meter noch bis zum Ziel in diesem Augenblick und Elegant Queen führt das Feld durch die Gegenseite. Elegant Queen führt mit eineinhalb Längen Vorteil vor Baby Love. Da hinterher ist Oriental Cat an dritter Position auszumachen vor Fast Lightning. Da hinterher dann Lamoum an fünfter Stelle, alles unverändert auch dahinter mit Aramon vor Madelio mit Fort Good Hope außen daneben. Zweilingen Abstand bis zu Diocletian vor Marcello, der jetzt Position verbessert und Romeo an letzter Stelle. So sind die Pferde jetzt noch ca. 900 Meter vom Ziel entfernt und im letzten Teil der Gegenseite unterwegs. Elegant Queen bleibt voraus. Eddie Pedrosa schlägt einen normalen Takt hier an vor Baby Love in zweiter Position. Da hinterher Oriental Cat, alles unverändert. Fast Lightning bleibt vierter. Voller Mumm vor Aramon vor Madelio an der Innenseite. Da hinterher dann Fort Good Hope, Marcello vor Diocletian und abreißen lassen muss hier Romeo. So sind die Pferde im letzten Drittel des Dalbitzer Bogens zu sehen. Und Elegant Queen ist voraus vor Baby Love. Elegant Queen vor Baby Love, dahinter Oriental Cat und Fast Lightning. Vorne alles unverändert, ging es an der 500 Meter Marke vorbei. Elegant Queen probiert sich zu lösen. Zweilingen Abstand der Vorteil bis zu Oriental Cat. Kommt jetzt mit einem starken Angriff. Dahinter Baby Love mehr in der Bahnmitte und dann Aramon ebenfalls in der Bahnmitte zu sehen. Aber Oriental Cat nimmt jetzt die Spitze am Handwerk. Oriental Cat und Alex Pitch voraus vor Elegant Queen. Fast Lightning sucht hier Tageslicht und kommt jetzt mit einem Angriff. Fort Good Hope ist mit dabei, aber vorne ist Oriental Queen und Fort Good Hope wird immer stärker. 100 Meter noch bis zum Ziel. Fort Good Hope ist der Angreifer auf Oriental Cat. Oriental Cat oder Fort Good Hope, der geht besser. Fort Good Hope gewinnt das Rennen vor Oriental Cat. Dahinter Fast Lightning, Dritter vor Madelio, Aramon. Dahinter Elegant Queen, Baby Love, Marcello, Dioclizian, Lamum und Romeo. Das war der Spott. Das Sport gegen Gewalt Rennen, MTV 1860, Altlandsberg e.V. Und hier die vorläufige Dreierbette zum vierten Rennen des Tages. Der Sieg geht an die Nummer 5 an Fort Good Hope, dritten von Martin Seidel. Auf dem zweiten Platz die Programm Nummer 9, Oriental Cat unter Alexander Pitch. Und auf dem dritten Platz die Programm Nummer 4, Fast Lightning unter Marc Lerner. 5, 9, 4 vorläufig zum vierten Rennen. 4, 5, 4 vorläufig zum vierten Rennen. 5, 5, 5 vorläufig zum vierten Rennen. 6, 5 vorläufig zumfakt. Die Pferde sind lang, lang ausgaloppiert. Auf den Sieger des vierten Rennens müssen wir noch ein bisschen warten. Die sind noch in der Gegenseite. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020